Ja und damit hallo und willkommen zurück bei Genjin Impact. Es stehen noch ein paar Events an, wie ich gerade mitgekriegt habe. Es ist ja schon wieder ein bisschen her. Und ich bin glaube ich, was ein Event angeht, relativ spät dran. Das ist jetzt das letzte, was hinzugekommen ist. Und da weiß ich auch noch gar nichts drüber. Und dann ist hier noch ein Event mit Kasua scheinbar. Und das läuft in 15 Stunden ab. Da dachte ich mir, dann mache ich das doch mal schnell. Ich glaube, ich bin auch schon fast da. Das müsste nämlich einer dort unten im Hafen sein. Den wir anquatschen können, beziehungsweise der uns anquatschen sollte. Und zwar der gute Herr dort hinten. Obermard Jusua. Nee, Jusa. Wusa, Jusa. Hallo. Erst mal dreist vorbei, direkt gehen. Äh, wer bist denn du? Kennen wir uns schon? Ich bin sehr nett. Sag ich hab meinen Utrend an. Ich bin der Aspegel. Oh. Ich bin der Aspegel. Gehen wir mal an. Gute. Ich bin natürlich. Ich bin immer wieder ein Sprach. Deine Frau. Wiedergal. Ich bin immer ikke. Ja, das haben wir jetzt mitgekriegt, äh, kann ich dir mal irgendwas helfen oder was möchtest du von mir? Das ist eine Skurrilität. Ja, so einen schönen Spaziergang durch die Berge stelle ich mir auch angenehm vor. Äh, steckt er denn in Schwierigkeiten oder was möchte? Ja, auf die Tauben füttern und so. Lebensbild für Restaurants liefern, reinigen und putzen, ja genau, eigentlich machen wir alles davon. Oh,それは意外だな. そんなことまで手伝ってるとは. Doーりで北斗姉さんがお前さんのことを高く買ってるわけだ. 北斗姉さんが言うように,お前さんは人情に熱いんだろうな. おっと,ついおしゃべりしすぎた. 早くカズハのあんちゃんのとこに行ってやってくれ. あいつは多分、リーウエコーの北側にいるはずだ. 俺は戦隊のこともある. この辺で失礼するよ. じゃあ、気をつけてね。 Juro, viel Spaß. Gehe zum nördlichen Teil des Harpens von Leo in Suche nach Kazuha. Da oben. Oh ja, da hat er sich ein schönes Plätzchen ausgesucht. Mal gucken, was er da so treibt. Nee, aber so einen Spaziergang in den Bergen stelle ich mir richtig angenehm vor. Jetzt nicht mal zwingend sogar in der Gruppe oder so, sondern auch mal ganz alleine einfach rumschlawenzeln, ein bisschen die Gegend erkunden, die Natur genießen. Oh ja, das ist schön. Das hat was. So. Dahinten steht er. Und guckt verträumt, während ein... während ein Wildschwein sich einschleicht. Ach du schönes. Was war Paimon denn? Du bist ja ziemlich entspannt. Was war Paimon denn? Nee? Hhhhhh. Hier sieht man das Wort. Überraschend Was sieht man die Bibel aus? Oh? Das klingt so GOOD! Sie kennen so wie ein G comenzar von G.F.L.A. 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 Nun kann man jeden Tag mit Meeting zu erfahren. Oh Gott! Was du? Was ist denn so, wenn du es kaputt denkst? Ja, ich habe zu tun. Ich musste nur ein Wettbewerf mit dem Wettbewerf unter mir, wenn ich mich mit der Wettbewerf lege, als ich, dass es ein Wettbewerf mit dem Wettbewerf zu haben. Das Wettbewerf war wirklich ein Wettbewerf. Ich habe mich wirklich sehr Orage-Greiber mit dem Wettbewerf zu tun. Ich habe mich nicht mehr für das Wettbewerf. Das war ein Stück weit weg, und ich bin zurückgekehrt. Und wenn man die Koffer anschließt, fühlt sich etwas beschädigt. Nachdem ich den Koffer aus dem Koffer gesehen habe, war der Koffer von der Koffer entfernt. Aber die Koffer und der Koffer waren nicht so, dass die Koffer auf dem Koffer waren. Das war's für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir zu sprechen, dass ich mit dir zu sprechen. Aber ich habe nur noch keine Lieblings-Ane-Gimie, von der Frau. Ich kann mich nicht interessieren, dass ich mit dir zu sprechen. Ich habe mich mit dir erzählt, dass ich mich mit dir zu sprechen. Und ich habe mich mit dir zu sagen, dass ich mich mit dir zu sagen. Was hat er denn mit dem Ding gemacht, dass das so zerfetzt aussieht? Es klingt ja gerade so, als wäre es vorher in Ordnung gewesen. Das sieht so aus, als hätte er damit, keine Ahnung, irgendwie ein Heavy-Metal-Konzert gegeben und das am Ende auf den Boden geknallt oder so. Oh, davon habe ich ein paar. Aber woher weiß denn das? Oh ja, da brauche ich nicht lange gehen. Ich greife einfach in die Tasche und dann habe ich welche. Re-Farming. Auf jeden. Bitteschön. Hab ja nur 203 davon, drei Stück kannst du haben. Be good and be a bad. Bitteschön. 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 Bis zum nächsten Mal, Kasuha. Bis zum nächsten Mal. Haben wir ein weiteres Musikinstrument geschenkt bekommen scheinbar? Warte mal, war das schon die Quest oder was? Musiktitel zum Spielen. okay probieren wir mal das erste aus jetzt dann ein ständchen mit jongle spielen oder ich war damals bei dem anderen instrument was wir gekriegt hatten schon irgendwie nicht so der musikalische meister mal gucken wie das diesmal funktionieren wird ob das ähnlich ist letzte mal haben wir glaube ich eine harfer oder was gekriegt irgendwo da unten muss er stehen dahinten da leuchtet schauen wir mal was passiert schau das ist der drachenbezwinger dort drüben ich sehe nichts hier waren wir schon mal ja hier waren wir auf jeden fall schon mal was für ein wunderbares gefühl versuche hier die alte zitter ich weiß gar nicht wie das im deutschen ausgesprochen hat zitter 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 keine ahnung vielleicht werden wir dieses wunderbare gefühl erleben mit jemanden in einem ensemble zu spielen wie karl war es bestimmt okay das ist schon mal ein downgrade vom letzten mal war das letzte mal wenn ich mich recht entsinne konnte man direkt den experten auswählen konnte durch ballern und alles davor war auch freigeschaltet gut aber einmal ausprobieren wo können auch schon die jungen die 8 uhr heilige das kann ja was werden auch schon mal ein und 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 bis jetzt geht es doch über den wolken ja das war jetzt okay es war jetzt nicht so nicht so herausfordernd sage ich mal wenn ich jetzt den anderen modus machen noch wahrscheinlich jetzt kommt der schwierige ach so das ist alles hier okay ja genau text kämpfung blablabla schwierig ob ich das noch hinkriegt ja Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht schon mal gut aus Ich liebe ja diese Musik Ah, ich kenne schon die Impact Musik, das ist so schön Okay, das war eigentlich auch noch relativ einfach Das war auch noch relativ einfach gut Jetzt haben wir noch Experten Das will ich jetzt auch nochmal probieren Bevor wir die nächste Event Story Quest anfangen Bevor wir das machen, will ich wenigstens noch einmal richtig versagen Bevor wir das machen Bevor wir das machen Okay, ich glaube, das ist einfach das einfachste Lied, deswegen Na gut Es lief doch besser als erwartet So, kann ich mir jetzt was abholen? Habe ich da irgendwie Ja Ein paar Belohnungen Na gut, die anderen Musiktitel, die spiele ich dann irgendwann mal später Weil wenn ich das jetzt alles nochmal denke, die Welt vorher und da bevor ich damit durch bin, glaube ich Oh, sogar mit Baal Ayaka Kokomi auch Okay Shao Kiching Und Ningguang Stehen noch an Na gut Gucken wir mal, was dieses Labyrinth Krieger ist So, soweit ich das mitgekriegt habe, auch wohl eine Story Ah, ist doch keine Story Quest Hä? Ich habe doch noch hier noch eine Story Quest gehabt Aber Rind Krieger 1, ja Geht zur Abenteuergelegenen Inazuma Na Ich glaube, da mussten wir mit Catherine quatschen Die habe ich nämlich aus Versehen schon mal angequatscht Da musste ich das ganze Game wieder crashen, damit ich die Ähm Den Dialog auch noch mit hier reinkriege